Musik Sie sagen, dass das Eis schmilzt. Es ist schwer zu glauben, was die Leute sagen. Gesehen ist glauben. Ich habe es gesehen. Ich bin über Grünland in 1993 geflogen. Das war vor 20 Jahren her, was einmal sah aus wie eine endlose Decke aus Eis. Jetzt setze ich aus wie Blättern aus Eis getrennt durch hunderte von flüssenden Strömen. Also, jetzt ich warte. Warten. Warten, auf den Rest zu schmelzen. Beobachten. Beobachten. Beachten für die Zeichen. Für wann die Welt, wie dies selber wieder sein wird. Beobacht.